Also nein, es spawnt schon mal nicht den Raum hier voll mit Gegnern. Ja, Tatsache. Es macht hier die Kraftfelder aus. Nein, mit denen kann ich mich noch nicht anlegen. So, heil mal. Jetzt kann ich mich mit denen anlegen. So, niemand hat viel Agro auf die Wache. Gut. Du kannst dich einfach nur mal anzünden. So. Und weg. Hm. Nicht wirklich toll. Da geht ein langer Gang weiter. Da geht es um einen Eckgang. Ich weiß nicht, was genau da liegt. Au. Das war zu weit geworfen. Auch der ging durch mich durch. Hm. Autsch. Okay. 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 Ah, ja. Okay, was ist hier? Rubin-Anhänger, ausweichen, parieren. Das wäre auf jeden Fall was für unsere Heilerin. Also für Silastra. Und das ist gut für Sirikal. So. Letter Rätselraum. Wie auch immer genau die Pfeile durch uns durchfliegen. Wahrscheinlich, wenn wir auf den Stufen stehen bleiben. Oh. Und das hier kennen wir ja auch. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Bereich hier. Okay. Hi, Jungs. Ich fang gleich mal so rum an. Kommen die da oben. Oh, die Heilerin ist gleich tot. Das ist nicht so schön. So, mach da bitte den noch tot. Danke. Gut, das heißt... Die kriegt ordentlich Schwarzbrot. Du kriegst nen Wein. Und hier sind wir wieder am Fatal. Kein Aufzug. Wo uns immer noch Spinnen auf den Sack gehen. Das ist nicht so schön. Na ja, gut, die kriegen wir tot, auch wenn es teilweise etwas knapp aussah. In unserem Leben. Hm. Kampfmesser des Treibs dann. Das bringt niemandem was. Hey. Du bist eine Jungspinne? Irgendwas ist doch faul hier. Das ist eine fette Spinne. Ja. 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 Du heil mal ihn. Ja. 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 Na ja. Also ganz ehrlich, das hier sollte nicht unterbrochen werden können. Hm. Die Axt ist zweihändig, also tragt du sie mal bitte. Das ist eine Förster-Axt. Gucken wir mal, wie du mit ihr klarkommst. Gucken wir mal bitte. Okay, okay, okay. Ich hab's kapiert. So, ihr wart auf jeden Fall da drin. Hm. Also sollte ich jetzt... hoffentlich... meine Sachen raushauen können. Ähm, oder auch nicht. Ich muss dringend beim nächsten Level ab, den Skill skillen. Der dafür sorgt, dass er Agro auf die ganze Gruppe ziehen kann. Also instant Agro ziehen kann. soo, die sind weg. da latschen nur die rum. In Anführungszeichen nur die. Oh, da haben sie mich entdeckt. So, ich hoffe, ihr verreckt schnell. Äh, Heilung. Noch mehr Heilung. Gut. Ring. Der auch nicht wirklich gut ist. Hm. Aber wir haben was, um es in die Nische hier drüben zu legen. Da habe ich gerade wieder einen Trupp rumlatschen sehen. Hier nicht. Okay. Ah, Gott sei Dank. Karte. Gott sei Dank die Karte. Jetzt können wir uns mal umgucken. Hier bin ich reingekommen. Ja. Hier ist etwas. Da habe ich sogar reingeguckt. Da ist eine unsichtbare Wand. Ha. Also auch hier ist eine unsichtbare Wand. Und hier war ich fertig. Mehr oder weniger. Hm. Also da kommt mir erst mal nicht rein. Oh, das ist so ein Trupp. Der ist ja noch übler als die anderen. Und... Scheiße. Ja. Ja. Gott, stehen wir bei. Oder die Götter stehen wir bei. Okay. Leveler für meinen Tank. Das ist sehr gut. So, jetzt hole ich mir genau das, was ich wollte. Verhöhnt alle nahen Feinde. Genau. Oh, und dadurch habe ich auch Verwüsten jetzt gelernt. Kops. Das heißt, die drei packe ich mal hier hin. Das sind nämlich meine Schnellsachen. Und das hier hat Abklingzeit, gell? Ja. Schäge ich das Ziel für 15 GP und verrägert seine Rüstung um 10%. Mhm. Und ich habe Wutschrei. Gut. Das heißt, ich kann eigentlich mal ganz kurz den Weg zurück antreten. Von mir aus auch den langen Weg kurz nehmen. Um hier Zeug fertig aufzudecken. Ja, das war mal der Aufzug. Der wurde irgendwo abgeschnitten. Da kann ich nicht durch, natürlich. Die Felder hier noch aufdecken. So. Ja, komm. Gehen wir. Was habe ich da liegen gelassen? Ach, den Ring. Ich mache jetzt noch das mit der Wand. Auch wenn wir schon längst überziehen. Fällt mir gerade so auf. War ich wahrscheinlich zu sehr in der Materie hier drin. Mhm. So, das ist der Ich spring runter und Flutsch. Und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier die Auto... Äh, zweite Auto-Map nur finden, wenn wir uns gut umsehen. Wo wir noch Secrets sein könnten. Also... Ja, hier ist der große Absturz. Genau. Aber hier... Ach, hier war das. Ja, genau. Äh. Zeig mir das noch mal kurz. Hm. Deswegen konnte ich da reinsehen. Das war keine unsichtbare Wand. Also... Keine Fake-Wand. So, das war einfach nur eine Wand. Mhm. Gut. Muss ich die auf die andere Seite stellen? Oder hier reintun? Nee, das bringt mir nichts. Das bringt mir auch nichts. Ja, es geht nur hier lang. Und da runter. Aber bevor wir da runter gehen, speichern wir es mal. Das ist jetzt... LP007. Bei 006 haben wir bereits hier. Und da sehen wir uns gleich wieder. Und da... Und da...